Oder du, Mutter? Ah, kann ja noch kommen. Noch eine finale Frage? Hier, bitte. Stimmt es, dass du jetzt bei RTL bist? Nein, ich bin jetzt gerade noch im Campus. Und das ist wahr. Und das sind ja alles die böse Gerüchte. Vielleicht gehe ich auch zum Tele 5. Das vierte. Ich seh nicht im DSF-Nachtprogramm. Auf jeden Fall eine Sendung gemacht. Wir können ja auch zusammen eine Quizshow. Die hieß auf jeden Fall, pilotiert würde ich sagen, einen Testen. Das kann sein, was es sonst gibt. Aber ihr seid sonst auch mit dem Foto ja schon recht glücklich. So, haben wir da... Was? Noch jemand? Was ist los? Was? 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 Wie war's mit Alina? Was? Nochmal, bitte? Wie war's mit Alina Bukatis? Wie war's mit Alina Bukatis? Jawohl. 3 aus, abspitz, fertig. Liebe jungen Herren, möchte ich gerne nochmal zum Jogi hören. Sie sagen, eben noch mal kurz hoch. Wie ist das? Sie sind gut. Wie war's mit Alina? Das war der Jürgste, ja? Sah! Das hat mich noch ein bisschen gut gemacht. Ich habe das Buch für die Frage, wie sie jetzt schon machen. CC-Maschinen programmieren. Ja, sehr gut. Bist du allein, lieber mit Freunden? Freude. Ah, sehr gut. Für dich, weil du so eine sympathische Frage eben gerade vorstelle, als einfach charmant am Ende dieser Abends heraus, habe ich für dich eben gerade einen finalen Abschluss-Song dir geschrieben. Ich möchte dir jetzt persönlich diesen Song vorspielen und dir. Ich möchte dir das Buch für die Frage, wie du siehst, 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 wie du siehst. Ich möchte dir das Buch für die Frage, wie du siehst, 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 wie du siehst. Ich möchte dir das Buch für die Frage, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst.